Ein neuer Tag, ein neuer Booster, hallo und herzlich willkommen. Ach ja. So. Oh. Mal wieder ein schönes Artwork hier. Geisterwesen-Defensiv-Truppen. Sieht auch mega nice aus. Der Blauton, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Störender Schrei, ja, haben wir in der letzten Folge als Full Art Holo gezogen. Ist jetzt, glaube ich, die Karte, die wir am meisten doppelt haben bisher. Aufklärmecher. Dann haben wir Verwitterter Golem. Wegklagen der Geisterwesen. Hammermecher. Jetzt kommen so langsam die Doppelten. Metalloid Kaninchen. Das sieht schon so ein bisschen unheimlich aus, ne? Eine Rare-Karte. Schwingen von Refrain. Die Holo ist auch eine Rare. Metalloid Nixe. In Normal haben wir die ja schon gezogen gehabt. Sehr schönes Artwork. Und die letzte Karte. Oh, nice. Richtig nice. Ich habe bei Card Market mal geschaut nach den wertvollsten Karten. Und da ist mir die hier auch aufgefallen. Also ich hoffe, dass wir die noch ziehen. Weil hier gefiel mir das Artwork richtig gut. Ich wusste jetzt allerdings auch nicht, ob das eine Secret Rare ist, ne? Also die normale Karte jetzt davon. Nicht die Lebenspunkte Karte hier. Finde ich total klasse. In Holo sieht die bestimmt mega, mega nice aus. Also drückt mal die Daumen, dass wir die in Holo ziehen. Ja? Da würde ich mich echt drüber freuen. Ist ein Highlight für mich heute. Definitiv das beste Artwork bisher. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin. Bis dahin.